So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Commandos hinter feindlichen Linien. Wir spielen weiter an der 9. Mission, sind innerhalb des Lagers schon eingedrungen und haben hier einen Piloten befreit. Das war eine Rettungsmission, die war hier drin. Der kann nichts, der wurde gerade aus dem Gefängnis hier befreit. Und jetzt muss ich mir einen Panzer klauen, den von da unten, weil ich musste dieses Gebäude in die Luft jagen. Und ich brauche eigentlich einen Panzer zur Flucht. Ja, ich meine, wahrscheinlich brauche ich nicht unbedingt einen Panzer, aber ich habe gemerkt, sobald ich hier Alarm schlage, kommt ein Panzer raus und fährt hier entlang. Was eigentlich ja schlecht ist, weil ich den da nicht aufhalten kann. Der fährt nämlich direkt da rauf. Ich kann jetzt nicht vorher mal alles zerstören, so auf lustig, weil der Panzer kommt von hinten und bringt den um. Weil ich habe nur eine Bombe, die ist mit Timer, das heißt, sobald ich hier die Bombe lege, kann ich wahrscheinlich maximal bis da rauf laufen. Und ich schaffe es nicht ganz, nach oben durchzulaufen, bis der Panzer kommt. Somit bin ich gezwungen, dem sein Panzer auch zu zerstören. Was bedeutet, ich brauche selbst einen Panzer. Beziehungsweise Handgranaten. Aber ich müsste mich dann irgendwo verstecken, um mit den Handgranaten zu werfen. Dazu sollte ich mal alle anderen ausschalten, hier aus dem Lager, damit die mich dann nicht umbringen. Ja, so, schauen wir uns das mal an. Wir sehen jetzt so weit wie möglich durch. Schauen wir mal, in welche Richtung wir jetzt als nächstes gehen. Wir holen uns den Typen von da oben mal ab. Oder lassen wir den da? Nein, ich weiß nicht. Ich bin unentschlossen. Wie ihr seht, offensichtlich. Sind die hier draußen keine Patroule hin? Okay. Wir haben noch diese 3er Patroule, die da oben läuft. Okay. Jetzt mache ich nicht den hier platt, weil ich müsste den dann quasi, glaube ich, auch da um Sack tragen. Sieht der mich? Wo, 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 der sieht den ja fast. Das geht sich, glaube ich, nicht ganz aus, dass ich den jetzt platt mache. Na ja, vielleicht schon. Wahnsinn. Jetzt sind ja wohl die gestressten hier. Bin schon unterwegs. Komme schon. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. Okay. Bin schon unterwegs. Okay. Das ist doch leicht. Okay. Gut. Überlassen Sie das nur mir. Jetzt werde ich doch den hier unten als erstes über den Haufen schießen. Nein. So gut wie erledigt. Okay, ich muss schauen. Ich kann nicht da vorbei. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Was sieht der? Also bis hier hin? Theoretisch könnte ich ihn hier abstellen. Hier sieht ihn niemand. Auch doch der hier, oder? Nein. Das hier ist wieder sein blinder Fleck. Wie weit sieht der? Ich weiß schon wie. Ich laufe. Nein, ich laufe nicht. Ich lege mich wieder hin. So, ich dachte, das hängt da. Ich dachte, das ist am Boden. Da kann man durchlaufen. Wer hat mich gesehen? Der da? Dann machen wir das mal mit dem Radio. Mal sehen, ob das was bringt. Ah. Wie weit sieht der? Okay, wo ist mein Scharfschütz? Okay. Der Typ da hinten nervt. Ich meine, ich habe ihn... Ich hätte ihn... Theoretisch könnte ich ihn eventuell doch ausschalten, aber es nervt, ja? Nee, auch den kann ich nicht ausschalten. Auch den nicht, auch den nicht. Mensch. Ich kann ihn denn jetzt nicht einfach rumknallen. Ich meine, ich kann schon auch... Ich bin schon unterwegs. Komme schon. Das ist doch leicht. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Ja? Das ist doch leicht. Komme schon. Okay. Bin schon unterwegs. Komme schon. So gut wie erledigt. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Okay. So kann man es auch machen. Gut. Jetzt eventuell den Dreiertrupp da, oder? Nee, den lassen wir mal. Der stört jetzt nicht mehr. So gut wie erledigt. Was macht denn der hier? Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Okay. So gut wie erledigt. Komme schon. Schon unterwegs. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Nicht da englärmen hier. Oh, geht nicht. Schlecht, dass das nicht geht. Wahnsinn. Da fallen so viele Panzer raus. Hier ist einer. Da ist noch einer. Der sieht mich. Okay. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. Okay. So gut wie erledigt. Wo sieht der hin? Stell ich jetzt hier richtig, oder bin ich hier schon in Gefahr? Nein, ist gut. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Das ist doch leicht. So gut wie erledigt. Wenn ich mich richtig entziehen, der sieht doch nichts hinter diese Tonne, oder? Okay. Ja, das passt. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Zwar schauen ein bisschen seine Füßchen hier raus, aber das hat gepasst. So, was haben wir noch? Viele haben wir nicht mehr. Eins, zwei, eine Patrouille und einen dritten. Und den Typen da. Jetzt ist die Frage, Fahrer, wo ist der Fahrer da? Sie haben gesagt, ich soll das Panzer als Fluchtfahrzeug nutzen. Können denn da jetzt alle feinmal in sein Panzer einsteigen? Wie viele Leute können denn da einsteigen? Ja, ja, ja. Okay. In Ordnung. So, ich versammle mal meine Mannschaft da unten. Ich hoffe, der sieht mich nicht, wenn er sich dreht. Ne. Hm. Aber klar doch. Endlich mal ein bisschen Action. Ja, ja. Aber auch hier ist ein Panzer drin, auch da ist ein Panzer drin, auch da ist ein Panzer drin. Den sollte ich auch noch erledigen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wie schaut der? Schmale. Schmale Geschichte hier. Probieren wir mal den abzuholen, wenn er an der Ecke steht. Gut. Jetzt holen wir mal den da. Sieht der den? Ja, er sieht den. Ich bin schon fast da. Geht klar, Chef. So. Bewegt die hier wenig Fahrer. Sind die Patrouille im Pistole runtergegangen? Ich hab's nicht gesehen letztes Mal. So gut wie erledigt, Chef. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht da runter. Die Idee ist, ich gehe da in den Panzer rein und bringe alle um. Weiß nicht, ob es eine sehr coole Idee ist. Aber ich glaube, es ist eine machbare Idee. Wir warten jetzt ein bisschen, schauen zu, wie sich das hier entwickelt da unten. Ah, der läuft so weit. Nein, doch nicht. Gut. Was ist die für eine irre Patrouille laufen? Geht doch mal grad. Egal, wir spielen kurz weiter. Was geht denn hier ab? Da kommen die ganzen Panzer und ich hab gar keinen... Ist das sowas wie eine Panzerschlacht hier? Also funktionieren tut es auf jeden Fall mal mit dem Panzer. Ach so, der hat für die Entfernung hat er starke Schüsse und für die Nähe hat er vielleicht das eigentlich auch aus dem Gebäude auch zu zerstören damit. So gut wie erledigt, Chef. Endlich mal ein bisschen Action! Na ja, so schwer ist es ja dann nicht. Ich muss nur mit allen Leuten da einsteigen. Dann sind schon mal... Ich hab aber... Ach so, jetzt muss ich ja schauen, ob alle überhaupt einsteigen können, ne? Das ist das Nächste. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt, Chef! So, jetzt warten wir ein bisschen. Schauen, ob wir alle Fahrzeuge, alle... Leute auf einmal in den Panzer reinbringen. Wenn ja, dann steigen wir ein und ballern von hier aus einfach alle um. Ist ein bisschen eine Panzerschlacht. Ich glaub, da muss ich schneller drücken als die anderen Panzer. Aber wir... Das hat zuerst ganz gut geklappt, weil ich bin rumgefahren und hab einfach alle umgeschossen. War doch easy. So, trete ich mal da um. Wir speichern. Aber sobald ich in den Panzer einsteige, fahren alle anderen Panzer auch los. Bin schon fast da! Geht klar, Chef! Überlassen Sie das nur mir. Endlich mal ein bisschen Action! So gut wie erledigt, Chef! Sind alle drin? Ja. Kein Problem, Mann! So gut wie erledigt, Chef! So. Halt! Endlich mal ein bisschen Action! Der kommt und... Kein Problem, Mann! So gut wie erledigt, Chef! Kein Problem, Mann! Endlich mal ein bisschen Action! Kein Problem, Mann! Das ist... Das ist eine Sache, die Spaß macht hier. So gut wie erledigt, Chef! So, jetzt schauen wir mal, ob wir den da vorne haben. Endlich mal ein bisschen Action! Das hat uns ja erwischt. Und wir ihn nicht. Okay, aber es funktioniert. Das ist die Geschichte. Ich muss nur auch mein Rohr, mein Panzerrohr, drehen. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt, Chef! Bin schon fast da! Geht klar, Chef! Kein Problem, Mann! Wer ist da? Bin schon fast da! Sofort! Ist doch gescheit, ich komme von hinten, ja. So gut wie erledigt, Chef! So gut wie erledigt, Chef! Kein Problem, Mann! Endlich mal ein bisschen Action! Aber klar, doch! Ich bin schon fast da! Ich bin schon fast da! Aber klar, doch! Aber klar, doch! Halt! Kein Problem, Mann! Geht mal! Geht mal! Aber klar, doch! Was ist hier? Ataugelder, Herr General, oder was? So gut wie erledigt, Chef! Kein Problem, Mann! Fiss doch mal ein bisschen Action! Boah, es reicht doch, wenn ich daneben schieße. Ich muss nur in der Nähe vom Panzer schießen, dann kann ich ihn auch schon töten. Geht klar, Chef! Wow! Stelle fest, Panzer ist eine ziemlich starke Waffe in dem Spiel. Ah, doch! So gut wie erledigt, Chef! Bin schon fast da! Ich will nur schauen, dass mich der andere Panzer nicht erwischt. Der kommt jetzt gerade runter. Ach ne, der patrouilliert dort. Gut, dann speichern wir ab, das war gut. Jetzt gibt es noch einen einzigen Panzer. Dann gehen wir jetzt als nächstes erledigen. Ne, steckt mal der schnell aus. Legt mal ne Bombe. Bumm. Das war gut, Missionsziel erreicht. Jetzt haben wir noch da oben ein bisschen was in die Luft zu leiden. Jetzt müssen wir nur schauen, dass der, wenn der feindliche Panzer kommt, der mich nicht abkann, sondern nicht ihn. Jetzt kommt der schon. Gein Problem, Mark. Geht klar, Chef. Aber klar, doch. Bumm. Gut, jetzt kann mekern, aber was. Was für ein Alarm, Mann? Ich komme mit dem Panzer. Also, wie ihr seht, die Grafik verhindert man, weil, dass man hier scheinbar fahren kann. Der merkt, der lenkt es nicht mal ein in einer Kurve. Kommt da noch mehr? Na bitte. Kein Problem. Also, sobald man hier den Panzer hat, hat man die Bissung schon so gut wie gewonnen. Wie viel Schuss hat dieser Panzer eigentlich? Wir haben jetzt alle Nazis hier umgebracht. Eine ganze Mission. Wir bringen auch alle um. Sagen wir mal, es ist nicht immer ein Taktik-Spiel hier. Die Taktik bestand hauptsächlich darin, den Panzer zu finden. So, das war's. Dann wollte er noch, dass ich ja noch ein paar Flieger umschieße. So gut wie erledigt, Chef. Boom. Endlich mal ein bisschen Action. So gut wie erledigt, Chef. Kein Problem, Mann. Dann kann man auch hier ein paar Gebäude von den Nazis zerstören. So gut wie erledigt, Chef. Endlich mal ein bisschen Action. Nein. Kein Problem, Mann. So, alle Leute steigen aus. Was ist, Chef? Du bist schon draußen. Ja, gut, Sir. Sind Sie das? Aber klar doch. Ich hab gar nichts gebraucht von hier. Abgesehen von dem... Abgesehen vom Ersten, hab ich fast von der anderen gar nichts gebraucht. Scharfschütze auch nicht. Geschafft. Zack, das war eine schnelle Mission. Wie viel lang hab ich jetzt gebraucht hier? Knapp über eine halbe Stunde? Nein, unter eine halbe Stunde, glaub ich sogar. Und wir waren dennoch nicht schnell genug für die Einsatzzeit. Ja, ja. Ich hab vier Fahrzeuge, vier Gebäude und 51 Soldaten zerstört. Ich bin nicht Sergeant. Es ist der 3. Dezember 1942. Die Achsenmächte haben von Tunesien aus eine starke Gegenoffensive gestartet. Wir werden kleine Störaktionen in dem vom Gegner kontrollierten Gebiet Nieddienst unternehmen. Unser Ziel ist es, die Kommunikation und die Nachschubwege zu unterbrechen und dabei Informationen über die wirkliche Stärke von Rommels Truppen zu erhalten. Okay. Sie werden sich durch die feindlichen Linien zu den Ölfeldern von Marada begeben. Von El Gaila. Ich muss Bohrtürme jetzt zerstören. Sie werden sich durch die feindlichen Linien zu den Ölfeldern von Marada begeben, südlich von El Gaila, und dort die Bohrtürme zerstören. Bin ich sicher? Das sollte einige Divisionen des Afrika-Kursrichtung Süden abnehmen. Doch kein Problem damit. Hier ist Ihre Ausgangsposition. Ich hab wieder eine Spörung. Und das hier sind die vier Bohrtürme. Schalten Sie sie aus? Das ist ein bisschen verwinkelt hier. Und marschieren Sie Richtung Osten, wo Sie ein Fahrzeug aufnehmen wird. Das ist alles. Ich bin glücklich. So. Wir gucken uns das gerne nochmal an. Da ist... Da müssen wir dann fliehen. Das ist dieser kleine braune Pfeil auf der Karte. Also wir haben hier einen Bohrtürm. Haben wir nicht... Wir haben hier einen Tunnel mit einem Fahrzeug und was auch immer. Hier kommt Nachschub, sollte ich mal Alarm machen. Dann haben wir hier zwei Bohrtürme, wobei... Wahrscheinlich nur... Ja, zu diesem Bohrtürmen kann nur der Green Beret hin, beziehungsweise ich kann draufschießen, während das Fahrzeug hier durchfährt. Dann explodieren wir wahrscheinlich beide. Oder der Green Beret geht runter und tut die Tonne in da rein. Okay. Was haben wir noch? Wir haben hier... Ein Bohrtürm, ein Fahrzeug, was hier rumsteht. Fahrzeuge sind sehr stark, haben wir festgestellt. Sobald wir Fahrzeuge kapern, haben wir eine reelle Chance hier, das relativ einfach zu gewinnen. So, was sagt denn das Mission Briefing? Also ich sehe hier ein Gebäude, wo Leute rauskommen. Ich sehe hier ein... Nein, hier ein zweites in der Mitte. Wobei das gut befestigt ist und ich muss das auch nutzen, um überhaupt darauf zu kommen. Beziehungsweise ich könnte sonst über die Straße. Aber die Bohrtürme werden sicher... Alarm machen. Was sagt der hier? Es dürfte hilfreich sein, den Tunnel zu sprengen, um die Beweglichkeit der gegnerischen Wachen etwas einzuschränken. Sobald alle Türme gesprengt sind, suchen Sie sich das Sonder-Kfz und fliehen Sie damit Richtung Nordwesten. Was ist das Sonder-Kfz? Türme. Türme, Türme, Türme. Türme. Das heißt, ich muss mit dem Fahrzeug da raus. Das kann es nicht sein und das darf jetzt auch nicht sein. Ich habe nur ein einziges Fahrzeug, womit ich fliehen kann. Das ist das hier. Und dann habe ich noch das hier oben. Aha, ich verstehe schon, was Sie meine. Sie meinen, ich soll jetzt diesen Tunnel sprengen, weil die haben nur einen Eingang. Dann bekommen die keinen Nachschub mehr von oben und auch nicht mehr Fahrzeuge. Zu Beginn muss ich, nicht da irgendwo runter, klettern, nein. Zu Beginn muss ich einfach da runter mal und hier diese ganzen Leute klären. Einfach jetzt unter Anfängszeichen, weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich habe so das Gefühl, die patrouillieren teilweise jetzt auch schneller. Oder kommt mir das nur so vor? Die gehen ja schnell. Hm. Nein. Aber die laufen hier kompliziert. Was haben wir alles an den Fahrer, der nichts bei sich hat? Gar nichts. Der hat jetzt mal Granaten. Mit den Granaten könnte ich natürlich auch die Bohrfelder von hier zerstören, indem ich eine Granate für runterschmeiße. Und mit den Sprengsätzen kann ich den Tunnel hier in die Luft jahren. Und ich habe drei, fünf, fünf Schuss habe ich gemacht. Naja. Was ist das? Ich kann hier irgendwas einschalten. Öl oder was ist das hier? Ich kann hier Wasser ablassen oder Öl ablassen oder was auch immer das ist. Vielleicht kann ich Öl ablassen und dann drauf schießen und die Leute anzünden. Hier gibt es auch Öl. Vielleicht brennt das hier alles gescheit. Ich will mal was probieren. Nein, ich habe vergessen zu speichern. So. Ich muss jetzt hier wieder vom Anfang an. Nicht so. Und bei den Nennen auch noch. Mission 11 sind wir schon. 11 von 20. So, wir erzeugen gleich mal den Alarm, um zu sehen, was passiert. Boah. Fünf von Patrouillen kommen da raus. Also, obwohl die Karte gar nicht so groß ist, finde ich es doch sehr eng. Also, die haben diese Laufwege der Patrouillen sehr eingelegt diesmal. Ich sehe das schon kommen, dass ich jetzt relativ oft mit dem Spion hier arbeiten muss. Und womöglich sogar mit dem Spion und mit dem Green Beret gleichzeitig zusammen. Weil die ja doch echt oft hier vorbeilaufen. Zum Beispiel der Typ da, der schaut jetzt so hoch rau auf. Der sieht denn jedes Mal, wann der hier patrouilliert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den allerersten ausschalten möchte, den da, muss ich erstmal schauen, dass ich die anderen überhaupt ablenke. Mal ganz abgesehen, dass es dann passieren muss, während das... Die hier nicht da sind, der nicht da ist. Der nicht da ist. Und auch der nicht. Okay. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Komme schon. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. Das geklappt. Ja, es hat geklappt. Sieht der was? Das war schon gut. Außer der kleine Mann, da sieht den jetzt. Nee, sieht er eh nicht. Ich muss jetzt immer die Missionen und werden dahingehend heikler, da ich jetzt nicht einfach den Nächsten umbringen kann, der einfach vor mir steht meistens, sondern ich muss auch ein bisschen tiefer reingucken, ob ich nicht das, Entschuldigung, das sogenannte Nazi Mikado hier nicht irgendwo weiter hinten anfange. Es könnte durchaus sein, dass ich mit dem Spion, keine Ahnung, womöglich den als erstes ausschalten muss oder den hier und nicht irgendwen. Ich will mal sehen, was das ist. Was kann man hier machen? Bringen die mich um, wenn ich das jetzt einschalte? Das ist Öl. Und was passiert, wenn ich da drauf schieße jetzt? In Ordnung. Ich bin schlauert. Das brennt einfach. Man stiebt da jetzt, oder was? Der läuft durchs Feuer. Was ist das für ein Verrückter? Auch der läuft durchs Feuer. Warum ballern die eigentlich direkt auf mich? Nur weil ich auf den Boden schieße. Okay, ich sehe schon, es gibt dort ein Feuer. Was auch immer dieses Feuer bezwecken wird. Man könnte wahrscheinlich damit jetzt irgendwie eine Sperre machen. Wofür wäre die gut? Ich weiß es nicht. Aber man kann eine Sperre machen. Nun gut. Wir sind jetzt auch wieder auf die halbe Stunde drauf schauen. Wir werden nächstes Mal hier weiterspielen. Und schauen, wie weit wir kommen und was wir machen müssen. Ich sehe das jetzt gerade nicht als unbedingt leicht an, was hier vor mir ist. Diese Leute hier, die machen da so Runden und laufen schnell hin und her alle. Ich meine, ich muss jetzt einfach wieder den ablenken. Dann schauen, dass von der nach unten läuft, die ich den abhole und dann kurzfristig schnell da hinstelle. Und das bei jedem Einzelnen, also es ist dann ein bisschen kniffliger mittlerweile, finde ich. Es könnte auch sein, dass ich von unten beginnen muss, zum Beispiel mal mit... Nein, kann ich gar nicht. Die schauen sich da alle an. Doch der schaut daher. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier jetzt erledige, zack. Dann habe ich das Problem von dem hier. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Was sagt der jetzt? Was soll ich denn erledigen? Was passiert jetzt? Schreit der gleich Alarm, wenn er jetzt eine Leiche sieht, oder? Wenn das geklappt hat, ist das weiß ich nur ein Versuch, dann speichere ich das jetzt ab. War gar nicht schlecht. Sieht den jemand? Die laufen sowieso hier so eine komische Runde. Nee. Okay, das speichern wir auch nur ab. Tja, also, wir werden das beim nächsten Mal spielen. Das war, was ich gemeint habe. Jetzt bin ich mit dem Spion da rein und habe jetzt die hier als erstes abgetötet. Und das war wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Ich meine, die kann ich jetzt nicht töten, von da an. Ich kann durchaus mit dem Spion jetzt da rumlaufen, dann darauf, und zum Beispiel den hier töten. Sollte den keiner sehen. Und dann den hier. Das kann ich mit dem Spion im Vorab schon mal abklären. Auf jeden Fall werde ich ziemlich viel machen müssen, kann ich mit dem Spion, bevor ich überhaupt hier Alarm schlage, weil dann kommen definitiv viel zu viele Leute. Und das ist sicher nicht Sinn und Zweck der Sache. So, ich bedanke mich hier fürs Einschalten. Ich hoffe, es macht euch Spaß, hier zuzuschauen. Mir macht Spaß, voranzukommen in diesem Spiel. Ich bin neugierig, was sonst noch folgt. Ich meine mich immer wieder an gewisse Sachen zu erinnern, die ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren hier mal gespielt habe oder so. Aber dennoch, ja, ich finde es immer noch sehr spannend zu spielen. Ich finde es auch sehr cool gemacht, mal was abwechslungsreiches zu dem ganzen Ego-Shooter und was ich sonst immer so gespielt habe oder was man sonst heutzutage immer so spielt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dran und schaltet immer wieder ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank für's Dabeisein.